Wo seid ihr denn heute? Wir sind heute bei immer wieder Sonntags. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Er hat immer einen neben sich laufen. Unser aller Tapeten. Immer wieder Sonntags hier in Russen. Er ist fertig, ich muss noch raus. Wo seid ihr morgen? Ich bin morgen das mal zu Hause. Ich bin morgen auch zu Hause. Was ist denn morgen? Montag. Ballermann? Ja, ich flieg nach Mallorca, stimmt. Morgen bin ich auch zu Hause. Morgen sind wir zusammen zu Hause. Zusammen? Ah, ihr wohnt zusammen, ja? Nee. Aber in der Nähe. Oh Gott. Wir wohnen zumindest in der Nähe. Jetzt sind wir wieder Schwesternseit. Vielen herzlichen Dank. Aus Leipzig hat er jemand festgestellt.